Hier ist Magalbe 48 bei einem schönen Autorennen. Das war sehr toll geworden, denke ich mal. Ich habe auch gleich losgelegt mit einem schönen Start. Oha, das habe ich aber noch relativ gut genommen. Eine schwere Strecke, die ich mal gebaut hat. Fox fährt mit und Tati auch. Natürlich nicht ganz so gut sind. Ich aber auch nicht. Aber ich hatte Glück gehabt beim Start und ich sehe keinen anderen Fahrer im Moment. Ah, fahre ich weiter. Ich sehe mit sieben Mann fahren wir, so wie ich das sehe. Ah, komm. Ah, Mann, ich muss besser fahren. Ah, oh, wunderbar. Jetzt kommt wieder die Schwere. Die mag ich nicht. Ah, komm. Oh, nee. Die ist so schwer zu kriegen. Wir können uns ja andere besser. Ich sehe keine Ahnung, Leute. Waren die echt noch alle mit? Ja. Dritte Runde von vier. Oha, das war nicht gut. Da fliegen die Autos. Oha, wer ist das? Ah, ich bin bloß nicht im Weg. Ja. Ah, Sprungsschein zu gut nehmen. Ah, was mache ich denn? Ah, komm. Ah, ich stehe in. Ah, Glück gehabt. Oha. Oha. Ich muss nicht in sich versauen. Oha, was mache ich denn? Ach, was mache ich denn jetzt? Ach nein. Was? Ah. Jetzt versorben wir noch den Ersten. Komm schon. So. Letzte Runde. Jetzt packe ich schon. Oh, oh. So. Ich verbaut er mir jetzt den Weg nicht. Oh, Mann. Ich ziehe mich durch. Nein, was machst du? Oh, meine Herren. Jetzt ist der Erste noch weg. Ich glaube, ich bin noch relativ gut von den anderen weg. So, gut genommen. Oh, wer steht da? Hallo, Tati. Oh, Entschuldigung. Oh, und ach, nein. Ah, nicht doch die andere. Ah, ja. Oh. Wer hat mich da? Oh, nicht doch, Tati. Entschuldigung. So, Erster. Cool. Mal gucken, ob die anderen noch fahren. So. Oh, da liegt einer auf dem Kopf. Okay. Gut. Fox. Gehe ich mal zum Fox? Oh, nee. Der ist schon durchs Ziel. Dann gucke ich hier mal anders nach. Oh, das war übel. Ja, schnell ist immer nicht gleich gut. Schön. gucke ich noch mal ein Anländer. So, Tati, fahr los. Oh, die Zeit läuft ja schon rückwärts. Zehn Sekunden ist das sowieso vorbei. Auto sieht aus. So. Grüße Foxys A-Team. Das war das schöne Rennen. Ich bin Erster geworden. Mit Geilbe840 sag, viel Spaß beim Zuschauen. Tschüss. Oh, da liegt jetzt. So. Hö frick. Hö. Hö, Hö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020